Hallo miteinander und willkommen zurück zu Greedfall mit Torren Gant, dem Spiel mit den leuchtenden, wunderschönen Helmen, Kanon-Googl-Style, Sleek wie eh und je. Wir begeben uns jetzt auf die Suche nach unserer Tante. Was denkst du von dem Chef deiner Stadt? Er scheint ziemlich freundlich zu verband mit den anderen, die wir in die Hand gehen haben. Ein bisschen zu freundlich, wenn du mich fragst. Ein bisschen zu beschäftigt mit den Zettelern. Und du denkst, das ist ein schlechtes Ding? Er erinnert mich an mich, als ich jünger war. Und das ist nicht ein Kompliment. Mein Angst ist, dass er seine eigenen Ambitionen serveert. Und das ist oft an der Ausgabe von anderen. Er hat sie verkauft. Der Ulan. Ja, ja, das ist doch der hier, der mit ihnen handeln wollte unbedingt. Er hat sie verkauft. Die das doch passaktieren müssen. Wir sind Odolmenaubi, Mann. Wir sind nicht irgendein Renekse. Hallo? Nein, Odolmenaubi. Mein Tante. Wieso sagt ihr nicht einfach die Wahrheit? Sie sagt, dass sie die Menschen von deinem Land zu lieben liebt. Aber Ulan hat unsere Stadt. Insofern. Wenn du sie möchtest finden möchtest, versuche sie nach den westlichen Plänen. Ich bin nicht sicher, ob sie dort gerade ist. Aber sie mag da gehen, zu gehen. Ich bin extrem dankbar. So, sagt ihr nicht einfach die Wahrheit. Ich will sie aus irgendeinem Grund finden. Ach, Junge. Slan. Ich glaube, sie ist ja auch so dick wie ein Slan. Sie ist ja auch ein Priest quasi. Also, könnte sein. Ist das das Geheimnis? Wer jetzt kein Total Warhammer 2 oder allgemein Warhammer Lore sagt, ich meine, ich kenne, der würde sich jetzt fragen, what the fuck, was? Ja. Aber ich dachte, ihr wisst wirklich jetzt sicher alle, was Slan, Mage Priest sind. Da bin ich ziemlich sicher. Guti. Dann laufen wir mal rüber. Laufen. Dann kommen wir da drauf. Oh Gott. Oh. Oh. Ah, ja. Was haben wir da drauf schon jetzt hier? Bär. Farzen, Bär, Schwein. Gewoll. Die falsche Waffe bin ich, wenn sie da sind. Das ist ja nicht so. Fühlt sich halt echt wie Cloud. Mit diesen riesen Säbeln. Das ist echt nice. Doch. Das Spielgefühl gefällt mir wirklich. Also wahrscheinlich hier, oder? Ah, da unten. Da braucht sie Hilfe gegen diese... O.B. Wie ist das Spiel? We are glad we arrived at the right time We would have been very upset if something had happened to you Excuse me, but are you Slan, the Danegar of Vignamri? Yes, that's me Were you looking for me? Yes, we were If you would allow us, we'd like to accompany you and tell our story along the way Very well, I will walk by your side This is the story we have pieced together I just can't believe it Yet, if I think about it, your face reminds me of hers My mother, or rather the woman who raised me, gave me this necklace A relwyn gave it to me, to give to her child, and I passed it on to Mrs. de Sade It looks familiar Your father had given it to your mother when they bound It's good that you are wearing it today I have lost everything So I watched her suffer And one day she died Petrus, I cannot hold it against you for letting her live No, you don't understand I loved her I loved her and I didn't even have the strength to end her suffering She's the only woman I've ever loved I never would have guessed Everyone loved a relwyn She was marvelous You cannot blame yourself, man of the light What's more, you brought me her child For that alone She would forgive you if she were among us All is well now The child of Tyrfradi has returned home And with him, the spirit of his mother You are home, my magam Welcome Petrus I wanted to thank you Thank me? Despite everything you know about me? You may have been a bit cowardly in the past To the point of letting the woman you loved suffer You were manipulative And you lied to everyone, including yourself But thanks to what you've told me I've been able to find my family and my origins And for that, I thank you My child What you're saying touches me more than you can imagine At least I've done something good For once in my deceitful life For you And for her I hope the enlightened will remember this when I stand before him Hmm, okay Also good Also good Was als nächstes? Das ist eine sehr gute Frage Also die Spione Und Telemi Das einzige was wir hier noch haben Die Erkundungen Es gibt noch einige ehrlich gesagt Aber Es ist noch gesagt, dass wir dann da manchmal vorbeigelaufen sind Es ist hier nur der Sammelquest Dann gehen wir jetzt einmal dieser Seite nach, oder? Oder sollen wir noch mal kurz Hast du noch irgendwas Neues? Das Sade I'm happy to see you Can I do anything for you? Oh Was? Hast du auch deine Waffe auf, Leute? Du hattest oft Strangers auf der Schraube Nur wenn ich trage mich? Was ist das für dich? Du hattest oft trage mich, junge Mädchen? Oh mein Gott Sie sagen, dass ihr Schaum euch zu ihr geführt habt Ihr sagen, dass du sie auch nur durch das Tagebus finden wolltest Oh ja Dein Journal war überraschendlich thorough Und deine Observation sind sehr verantwortlich Wie könnte man nicht wollen, jemanden so brillant finden? Es könnte in den Handen eines boorigen Idioten fallen, unverstanden zu verstehen Ich bin glücklich, dass es dich gefunden hat Was denn noch sonst? Ja, wir schmeichen ihre Intelligenz Was denn noch sonst? Äh, wie fandst du den Augenblick am Lagerfeuer? Was fandst du über den Moment neben dem Campfire mit den Älteren von Vigigador? Es war verrückt und ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt Was für dich? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ähm Ich bin bemerkt, wie die Älteren über diese jungen Menschen gesprochen haben über ihre Verbindung Warst du nicht? Es ist wahr Es scheint, als ob sie glaubten, dass ihre Verbindung ihnen mehr Wissen vermitteln würde In meiner Kultur ist es der andere Weg Wir haben gesagt, dass romantische Gefühle nicht nur eine Distraktion sind Und? Bezüglich was wir gelernt haben Was denkst du jetzt? Ich habe noch viel zu lernen Ich bin glücklich, dass du da bist, um mir zu helfen zu verstehen Vielleicht sind die Älteren richtig Vielleicht sind einige Bonds, um dir zu erzeugen, mehr Wissen zusammen zu erzeugen Was anderes? Okay, okay, wir kommen auf, genau Äh, hattest du mit Schülern? Ob sie die Exkursion in der Höhle mochte? Kannst du die Höhle? War doch geil, oder? Wie fühlst du dich, als wir die Höhle besucht haben? Überraschung, ich denke Ich fühlte mich, als ob ich mein Ziel erreicht habe Als ob ich einen langen Verlusten gefunden habe Es war... ...strangend bewegend, ich denke Was für dich? Ich denke, dass du lieber mit ihr allein gewesen wärst, dass du das Gefühl hast, viel gelernt zu haben Das ist so hell, ey Es ist halt... Ich hab ja schon gehört, dass das Mann hier auch Rommels Interest ist, aber das ist immer... ...ich finde das immer so furchtbar aufgesetzt, weißt du? Also jetzt, ne, so zieht es schon später Hey, übrigens, ne? Ich vergönne bei dir Äh, ihr habt das Gefühl, viel gelernt zu haben, ja Es war ein glückliches Moment, ja Und diese rudimentären Schilder haben uns so viel gelernt Ich hätte nie gedacht, dass nur Schilderinnen so viel wissen können Weil wir sie in eine andere Weise sahen Für uns waren diese Schilder mehr als nur Dekorations Sie waren wie ein Schilder in einiges Wissen, das uns komplett anders war Ich habe nur von Schildern gezwungen, aber jetzt habe ich erinnert, dass es viele andere manche lernen gibt Und noch mehr, ich erinnere diese Erinnerung dir zu dir Danke, aus dem Boden von meinem Herz Was anderes? Ähm, ja Natürlich, ähm Dass du mit Schülern? Die Ceremonie ihre Sicht auf die Dinge verändert hat Schau mal das mal Also, ich muss ja, ich muss ja ganz kurz vielleicht hier Pause, ja Real Talk Es ist ja grundsätzlich gut Ich meine, ich rede mit ihr jetzt ganz so wie ich mit einem Menschen Also, ne? Also, wenn man hier so tut, als würde man sich hier wie eine Beute erjagen, ja? Es geht um intelligente Frauen momentan, ja? Nicht um, ja Das schweigende Lämmer da draußen Ähm Wissen kommt in verschiedenen Formen Was? Es gibt noch so etwas Am Ende kommt immer so komisch Hattest du Mitschüler? Ja Äh, gar nichts Ich weiß nicht, ob sie es mit angeteilt hat Sondern, ob sie sich allein gefühlt hat Ich fragte, ob du nicht alleine fühlst In den Typen? Wissen Sie, intimere Beziehungen? Ich hatte ein paar hier und da Aber das hat nicht verändert, wie leidlich ich fühlte Körper und Geist haben verschiedene Nehmen Auch wenn sie für ein paar Sehen sie ein und das gleiche Was? Was denkst du, was die Bindung zwischen den Jugendlichen denkt? Was denkst du von der Liebe, die diese jungen Menschen einheitet? Es scheint wirklich, als ob sie etwas Besonderes haben Das ist wahr Ich glaube nicht, dass ich nie zwei Menschen aufhörte, die so nahe zu einer anderen Auf dem Kontinent, wo alles politisch ist Es passiert nur in Fähigkeiten Aber hier Was denkst du, dass du so nahe zu jemandem bist? Ich bin ehrlich gesagt, dass du so nahe zu jemandem bist Nicht, bevor ich dieses junge Paar sah Was ist jetzt? Ich mag nicht, mich selbst in weinem Regierungen verlieren Aber seit einiger Zeit habe ich angefangen, zu denken, dass solche Ideen und Gefühlen ist tatsächlich möglich Was anderes? Was hast du dein Duncas gelernt? Ich habe das Gefühl, dass du nicht so viele Dinge gelernt hast wie du sie möchtest durch den Duncas' Klan Oh ja Wenn ich das gesagt habe in Al Saad Leute denken würden, dass ich verrückt habe, aber hier ist alles möglich, oder? Ich habe das Gefühl, dass du nicht so viele Dinge gelernt hast Ich habe das Gefühl, dass du nicht so viele Dinge gelernt hast Jetzt wird weitergereist Also gut Wir gehen jetzt mal hier hin, ne? Gut Und wir werden jetzt mal versuchen, hier einige der Ja, wir werden mal versuchen, Konstantin zu retten Naja, wobei zumindest das Leiden etwas zu mindern Also noch keiner mit uns reden Wir haben alle Quests erfüllt für die Gefährten Wir werden fortsetzen Go 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 Heute Oh 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 Du bist der Jäger Guten Tag Du bist der Jäger, ok Guten Tag Du bist der Jäger? Ich bin tatsächlich eine und die gleiche Person. Was möchtest du von mir? Der Danae-Gad, Katasach, sprach mit mir über die Tiere-Attacken. Kannst du mir mehr erzählen? Die Tenlands haben gegründet. Sie sind sehr wunderschön. Die Wäste lebten hier immer. Aber sie attacken nur, wenn wir nahe der Neste. Sie attacken nur auf der Seite. Es gibt viele Wälder. Und einige von unseren Jungen haben sogar disappeared. Es ist vielleicht, dass die Tenlands sie töten. Aber es ist auch möglich, dass sie die Missionen folgen. Was kannst du mir erzählen über die Tenlands? Sie sind normalerweise sehr peaceful creatures. Sehr calm. Aber wer schlägt ihren Jungen mit Führung? Während der Attacken, habe ich gemerkt, dass sie nicht alle das gleiche waren. Nicht alle aus dem gleichen Nest. Was meinst du? Dass die anderen Wäste nicht von hierher kommen, sondern von anderen Plätzen. Und dass sie mehr und mehr kommen. Sie gehen immer öfter hierher. Hm. Okay. Ich spreche mir bei den Opfern. Was war es viele, die Menschen? Wann? 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 Und wie würde ich den Nests gehen? You must burn them and kill the Dominant One, or else they will build again. We see them, especially at dawn. After that, we no longer see them. But be careful, Ranaxi. The Noit belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. Going out at Noit is very dangerous. Yes. I thank you for your advice. We shall go and destroy these Nests, come dawn. Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Yes. Yes. This has never happened in my lifetime. What do you know? Speak. Lives are at risk. I do not speak of things I am not sure of. There are Naixae, like you, do not understand the bond we have with nature. What do you know about the missionaries? The Moinshakers? They came here before the attacks of the Tenlands and buzz around us like flies. They speak of Loit, of demons, and the soul. Their words make little sense. All that they want is for us to join their village, and that we serve them as if they were Tjern. They want to make us Ranaixae. They want to sever our bond with our lance. Their words do not touch those old enough to understand. But the young are sometimes swayed. And listen. They follow them to their Eden village. And they become their servants. Their bond is cut. Have you tried to fight them? No. But some have fought. Because they treat the young girls badly. I think if not for the attacks, no one would have turned to them and their Loit. But hope fled our village. And the weak of courage have doubts and listen to their lies. It sounds as if the attacks began at a timely moment for the missionaries. Okay. Can help me? Is there anything that we might be able to do for you? Besides destroying their nests and fighting the Tenlands? Do you know the art of crafting weapons? Our artisan was among the wounded and my weapon is broken. I can try to repair it. Here, in this condition, it is of no use to me at all. Look. I really need you to tell me what you know about the cause of these attacks. I regret or I cannot speak words about something you would not understand. And as you say, it is only an intuition. Okay. I must be going. Katasach advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know whether Tenlands have built their nests. Yeah, maybe. But that's what we'll see in the next episode. Until then, make it good. Ciao, ciao. Euer Ton. One, two. One, two, three.